Musik Okay, schnick, schnack, schnuck. Yes, yes. Musik Musik Gut, China. Schweden. Norwegen. USA. Australien. Spanien. Ähm... Krass. Frankreich. Südafrika. Kamerun. So geraten. Nigeria. Was hast du gesagt? Ich wiederhole nicht nochmal. Darf man nicht wiederholen. Ähm... Krass. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir gesagt haben. Spanien. Hab ich schon gesagt. 1-0 für Poppy. Krass, aber ich wusste schon gar nichts mehr. Und es gibt noch so ungelungen... Hattest du Australien gesagt? Ja. Gut. Nachnamen reicht, ja? Ja. Jung. Maxi Arnold. Oh krass, Vor- und Nachnamen, ja? Ja... Mach einfach. Knoche. Äh... Castells. Brooks. Bruma. William. Itter. Wekost. Rexbecai. Ginchek. Steffen. Ferhag. Prekalo. Wer war ein? Ähm... Gelabui. Puh. Der war gut. Scheiße, ey. Hinten links, wie heißt er? Ich bin so gut. Ich bin so gut eigentlich. Äh... Geht auch so, ähm... Erweiterter... Also die dazugehören. Okay, Philipp Menzel. Puh. Ist, ne? Ja. Erne Gerhard. Ich bin so gut. Boah, gut. Mh... 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 Boah. Jetzt wird's schwer. Weißt du das? Ehrlich? Düm... 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 Bin ich schlecht? Weil ich zwei Stabspieler nicht wisse. Weiß? Düm... 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 Mali. Roséliol. Ja, Roséliol. Toll. Mimedi. Ah! Scheiße! Den hatte ich auch noch auf Lager. Jetzt läuft's doch wieder. Jetzt bin ich wieder drin im Spiel. Jetzt sitzt du schon? Düm... 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 Ähm... Die beiden hattest du schon? Düm... Ähm... Aus der ersten Elf hatten wir jetzt alle. Düm... 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 Ist er noch bei uns? Düm... 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 Der ist noch bei uns. Einen Tapp. Ah, Scheiße! Wie heißt der ist? Man, wer ist verletzt? Er ist gerade verletzt. Ja, genau. Hallo? Ah.... Oh, ich finde nur ja. Mann, er ist gerade verletzt. Scheiße. Kamacho. So. Yes. Den gibt's nicht. Ah! Scheiße. Ist dem nur Spieler, ne? Verdammt. Also es dünnt sich echt schon aus. Ihr seid richtig gut. Ah, okay. Ihr kennt euch aus, nein? Ich wüsste jetzt auch keinen mehr. Oder? Er ist dran? Ich bin dran. Oh, jetzt ist der Ball. Okay. Wollen wir auch mal zählen, oder? Fünf. Ja, so schnell fängst du jetzt an zu zählen, oder was? Ich kann auch auf sieben zählen. Oder auf zehn. Ähm. Okay, okay. Warte, komm. Puh. 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 Ne, 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 ne. Achso, der ist schon Ewigkeiten nicht mehr da. Puh. Puh. VfL Wolfsburg. Turbine Potsdam. FFC Frankfurt. FC Bayern München. Ja. Wem kommt die Vergangenheit? FSV Frankfurt. Sehr gut. Hätte ich auch gesagt. Boah. Niederkirchen. Richtig. Puh. Jesus, Maria. Puh. Was hat die Meister geworden? Siegen. Ja. Ja. Heike Reine. Also, ich weiß nicht, ob die das geworden sind. Wenn es da nicht steht, dann nicht. Wenn es da nicht steht, dann nicht. Nein, nein. Die hießen immer so. Nee. Oder nicht? Schade. Krass, ist Duisburg mal Meister geworden? Sind wir Meister geworden? Ja, ich dachte, das hättest du gewonnen. Ich war mir nicht sicher. Weil es hieß immer so, ewiger Zweiter. Ja, genau. Ehrlich. Deswegen war ich mir selber nicht sicher. Ich hab echt überlegt, ob ich Duisburg sage. Weil ich hab gewonnen. Hehe. Niederkirchen war gut, oder? Niederkirchen. 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 Ja, das war ganz stark. Das war wirklich stark. Ja, das hätt ich mir mal aufbewahren sollen. Boah. Doüss. Have a膿 des Ofen. weißtemiyor euch. adym